Donau 3FM. Das Donau 3FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren. Heute mit mir Tabea Aust und bei mir Volkram Ziesche. Volkram, hallo. Du bist Schauspieler, Regisseur, Coach, Workshopleiter. Möchtest du ein bisschen von dir erzählen, Volkram? Ja, also erstmal freut es mich sehr hier zu sein. Ja, ich bin Schauspieler, ich habe Schauspiel studiert und bin nach meinem Studium 2009, nach meinem Diplom damals an der Filmuniversität in Potsdam-Babelsberg, bin ich hier ins Theater gekommen. Nach Ulm. Nach Ulm 2009 und habe hier vier Jahre lang im Festengagement eine wundervolle, spielreiche und einfach wunderschöne Zeit erleben dürfen. Und habe mich hier auch weiterentwickelt und habe viel lernen dürfen als Schauspieler und als Mensch. Und habe in der Zeit auch angefangen, Workshops zu geben für Jugendliche, für den Jugendclub damals. Und so hat sich das auch so entwickelt, dass ich neben dem Schauspiel eben auch angefangen habe, mit Menschen zu arbeiten. Und habe gemerkt, dass mir das super viel Spaß macht. Und ja, das hat sich dann so weiterentwickelt, dass das wie so ein Standbein dann wurde, neben dem Schauspiel. Und dann hat sich das mit der Coaching-Arbeit oder mit der Workshop-Arbeit dann auch weiterentwickelt Richtung Regie. Ja, du bist jetzt auch noch öfter in Ulm tätig, oder? Genau, genau. Also vor allem für Workshops habe ich hier so meine treuen Anlaufstellen, wie zum Beispiel die Jugendkunstschule in Biberach oder das Inge-Eicher-Scholl-Kolleg. Und wie kommt es denn dazu, dass du so in Ulm, sage ich mal, zum Teil stecken geblieben bist? Was gibt es an Ulm, das so besonders ist für dich? Erstmal meine Freunde, die ich hier gefunden habe, als ich hier am Theater war. Ja. Und eigentlich einfach auch diese vier Jahre. Also ich bin einfach so herzlich aufgenommen worden. Und abgesehen davon finde ich auch Ulm voll schön. Also einfach von der Größe her. Es ist alles überschaubar, die Donau fließt durch die Stadt. Und das hat eine angenehme Größe für mich. Ich habe lange auch in Berlin gewohnt. Und das ist einfach auf Dauer für mich zu groß, zu hektisch, zu turbulent. Ich verstehe. Und hier komme ich einfach immer einfach runter und genieße es einfach immer, hier zu sein. Und deswegen bin ich auch so dankbar, dass ich immer wieder dann engagiert werde für Workshops. Und das ist für mich dann immer so wie bezahlter Urlaub. Gibt es ein Erlebnis, das du in diesen vier Jahren hattest, ein schönes, das dir so besonders irgendwie in Erinnerung geblieben ist? Fällt mir jetzt konkret kein Einzelereignis ein. Es war einfach, wie gesagt, einfach so die Zeit, einfach die Rollen, die ich spielen durfte. Es waren unterschiedliche, große, kleine Rollen, jegliche Genres, die ich da auch ausleben durfte. Hattest du eine Lieblingsrolle? Ja, also ja, eigentlich Hamlet durfte ich spielen, genau. Und aber auch jetzt, ja, Rocky aus The Rocky Horror Show oder… Oh ja, das habe ich gesehen. Ja. Ich habe es geliebt. Ich habe es so sehr geliebt. Ich glaube, 15 Mal habe ich es gesehen hier. Nee, das war, ja, ach, das war einfach, das war einfach cool. Ja, Rocky war auf der Wilhelmsburg. Ja, genau, genau. Und es ist halt einfach immer voll das Theaterereignis. Und ja, und auch einfach die Menschen, auch das Ensemble, meine Kolleginnen und Kollegen und auch die Freunde, die ich hier dann treffen und auch kennenlernen durfte. Es war einfach rundum einfach ein, ja, einfach wirklich auch eine wunderschöne Zeit. Und ich denke da auch sehr, sehr gern zurück, gerade jetzt auch in der jetzigen, sage ich mal, Zeit von Corona, wenn man irgendwie so viel oder ich auch die Zeit habe, zwangsläufig zu viel vielleicht nachzudenken. Irgendwie komme ich sehr oft einfach zurück an die Zeit oder denke ich sehr oft zurück an die Zeit in Ulm, wo, ja, wo ich, ja, wo es einfach irgendwie einfach schön war. Ja, wenn du jetzt so sagst, Corona, du bist ja jetzt nicht fest engagiert irgendwo, du bist freischaffender Künstler. Wie ist es denn gerade für dich jetzt in der Zeit? Also gerade ist es wieder okay. Also ich komme um die Runden, um die Runden, über die Runden, ich komme über die Runden, sagt man das so? Ich hätte um die Runden gesagt. Um die Runden, über die Runden kommen. Um die Runden, oder? Ja. Das geht. Streckenweise war das einfach sehr herausfordernd, muss ich sagen. Also so gerade als Corona angefangen hat und mir da viele Jobs einfach weggebrochen ist und irgendwie auch keiner irgendwie wusste, wie es halt weitergeht. Das war jetzt beruflich natürlich auch hart und vor allem auch, sag ich mal, emotional, auch mental, persönlich für mich, weil ich so in der Zeit, wo irgendwie das Leben im Außen einfach gestoppt wurde, ich einfach auch Zeit hatte, mich einfach mit Themen zu beschäftigen, die vielleicht nicht so, die zwar präsent waren, vor Corona, sag ich mal, aber die ich dann schon, glaube ich, durch so einen Aktionismus immer wieder verdrängt oder verdrängt würde ich nicht sagen, die waren zwar präsent und ich dachte auch gerade so im Rahmen meiner Coaching-Arbeit, dachte ich, okay, ich bin eigentlich schon ziemlich weit in der Selbstentwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung und da wurde mir klar, dass dem halt nicht so ist. Was waren das für Themen, mit denen du dich da beschäftigt hast? Also erst mal, oder anders gesagt, also mein Grundkonzept meiner Coaching-Arbeit besteht eigentlich aus vier Fragen. Okay. Und als ich in Ulm am Theater war, hatte ich auch mal wieder so einen Schicksalsschlag und der hat mich dazu gebracht, mich auch nochmal wirklich bewusst mit mir selbst zu beschäftigen. Was sind das für vier Fragen? Die erste Frage ist, wer bin ich? Die zweite ist, warum bin ich? Und die dritte ist, zu wem werde ich, wenn ich die Bühne betrete? Und damit ist eben nicht nur die Theaterbühne gemeint, sondern die Lebensbühne, wie Shakespeare so schön sagt, dass die ganze Welt eben Bühne ist. Und die vierte Frage ist, wer will ich sein? Und damals, als ich mich sozusagen, oder als ich dieses Konzept entwickelt habe, habe ich mich selbst ganz viel mit diesen Fragen beschäftigt und habe extrem viel gelesen über Psychologie, über Menschsein, auch viel mit Spiritualität beschäftigt. Ja, es sind keine Fragen, die man jetzt einfach so mal kurz beantworten kann. Also es war halt in dem Sinne spannend, weil ich, ja, so eine, sag ich mal, eine sehr radikale Inventur gemacht habe, in dem Sinne wirklich mich mal zu fragen, warum ich eigentlich das tue, was ich tue, warum ich jeden Morgen aufstehe, warum ich überhaupt Schauspieler geworden bin und auf was für ein Leben ich zurückblicken möchte, wenn ich im Sterbebett liege. So einfach ganz existenzielle Fragen, die mir dann in der Zeit einfach dann so begegneten. Und eben daraus habe ich eben dieses Workshop-Konzept entwickelt, ausgehend von diesen vier Fragen, wo es im Grunde genommen um Bewusstsein geht, weil ich der Meinung bin, dass eigentlich das größte, in Anführungsstrichen, Problem heutzutage eigentlich Unbewusstsein ist. Mit wem machst du diese Workshops? Also richtet sich das hauptsächlich an Kinder und Jugendliche oder auch an Erwachsene? Ne, an alle. Also Menschen jeglichen Alters und jeglicher sozialer Herkunft. Und ich schlage im Grunde genommen die Brücke zwischen Schauspiel und Alltag. Also das, was Schauspielerinnen oder Schauspieler eben bewusst machen, in die unterschiedlichsten Rollen zu schlüpfen. Das machen wir Menschen im Alltag auch nur unbewusst. Und im Grunde genommen ist genau das, was wir eben oder was ich gelernt habe in diesen vier Jahren Schauspielstudium, eben bewusst durch verschiedene Methodiken oder Herangehensweisen eine Rolle zu verkörpern. Von der Herangehensweise her eigentlich eins zu eins genau die Art und Weise, wie wir im Alltag in Rollen schlüpfen. Also jetzt beispielsweise, man ist zu Hause und ist eventuell Mama, geht ins Geschäft, ist dann Kollegin oder Chef, Chefin. Genau. Diese Dinge. Genau, genau. Meinst du mit Rollen im Alltag? Und ja, während Corona oder mit, um ehrlich zu sein, ich meine, ich beschäftige mich eigentlich tagtäglich damit. Also einfach mit mir und dem Menschsein, einfach auch, weil mich das unglaublich interessiert, warum wir Menschen so sind, wie wir sind, vor allem auch jetzt, gerade in der Zeit. Und als dann Corona anfing, habe ich halt gemerkt, ja, wie tief das eigentlich noch gehen kann. Und ich mir eingestehen durfte, dass ich noch sehr an, sage ich mal, in oberflächlichen Sphären herumgearbeitet habe. Was jetzt auch gar nicht schlimm ist so. Wie hat sich das gezeigt? Also ich finde es jetzt gerade so ein bisschen schwierig, dem Ganzen zu folgen. Also du hattest deine vier Fragen und du hast dann auf einmal angefangen, diese vier Fragen, die für dich essentiell waren, auch die Fragen zu hinterfragen oder die Antworten, die du bis dahin für dich gefunden hattest? Die Antworten. Und vor allem auch die Art und Weise, wie ich erkennen durfte, dass ich die Fragen eigentlich gar nicht so richtig zu Ende gedacht habe. Es hat funktioniert, gerade auch in meiner Coaching-Arbeit, das super zu vermitteln, wie Emotionen entstehen, wie zum Beispiel Angst. Eines meiner Workshop-Themen ist eben der Umgang mit Ängsten. Wie entsteht denn Angst? Also ganz vereinfacht gesagt, entsteht Angst aus Gedanken, denen man unbewusst Glauben schenkt. Und das heißt, irgendwas passiert und die Art und Weise, wie wir darüber denken, beeinflusst letztendlich unser Gefühl. Und das Beispiel, was ich, um das zu veranschaulichen, gerne benutze, ist, wenn es regnet, dann regnet es. Im Regen ist es wurscht, ob wir uns über den Regen aufregen oder ob wir im Regen tanzen. Es ist immer die Art und Weise, wie wir über den Regen denken oder über ein bestimmtes Ereignis, über uns selbst, über unsere Vergangenheit oder über den anderen Menschen. Und das sind so, ich bezeichne auch jetzt mal ein bisschen, sag ich mal, hochtrabend dieses Konzept, auch wie so eine Art Gebrauchsanleitung fürs Menschsein. Also wirklich zu vermitteln, wie Gefühle entstehen, wie Gedanken mit Gefühlen zusammenhängen, wie eben auch Gedanken und Gefühle mit der Körpersprache zusammenhängen. Und wie man sich dann eben zeigt, gibt, wie man reagiert und agiert. Und so ganz konkrete Themen, wo das dann auch zu vermitteln oder wo ich das dann auch vermittle, ist einfach ganz klar Präsentationstraining oder eben Umgang mit Lampenfieber oder Motivation oder Sinnfindung oder Berufsorientierung. Und dann zu merken, dass, obwohl ich eigentlich weiß, wie es funktioniert, also theoretisch, dann zu merken, wie es mich emotional voll aus der Bahn wirft, obwohl ich eigentlich weiß, wie es funktioniert. Aber ich dann plötzlich merke, boah krass, ich kann mit meinen, mir fällt es, ich fände es unglaublich herausfordernd, mit den Ängsten umzugehen. Ja, ich glaube, in der Psychologie ist es doch dann auch so, dass man oft von Mustern spricht. Ja, genau. Dass man Muster hat, die verfolgt man, die funktionieren, bis irgendwann ein Punkt eintritt, vielleicht auch ein Wendepunkt oder ein einschneidendes Erlebnis. Und man dann auf einmal, sage ich mal, einbricht und merkt, mein Muster funktioniert nicht mehr. Ist es das, was sozusagen passiert ist letztendlich, also, dass du dachtest, du hättest dich auf den Weg gemacht und hast ja wie jeder Mensch logischerweise auch deine Muster und plötzlich stellst du fest, okay, sie funktionieren so aber gar nicht. Ja, ja, so und dass ich eigentlich dachte, dass ich meinen Mustern auf die Schliche gekommen bin, aber gemerkt habe, wie tiefgreifend die eigentlich sitzen und wie viel sozusagen an Unterland oder an Tiefe oder wie tief die Wurzeln… Hast du ein Muster für mich? Ja, 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 zum Beispiel ein Muster ist, dass ich eigentlich nichts falsch machen möchte, so immer alles richtig, um letztendlich Bestätigung zu bekommen. Ja, so geht es, glaube ich, vielen. Und an dem Punkt, wo dann nichts ging, also auf beruflicher Ebene und ich dann plötzlich gemerkt habe, das war dann so, dann die Zeit, wo dann auch jetzt in der Filmwelt oder auch dann die Casterinnen und Caster dann anfingen, ja, man muss die Zeit jetzt nutzen, um Corona-Monologe zu drehen und wir sehen euch auch, wenn ihr irgendwas postet und so. Und ich habe halt gemerkt, boah, ich muss da irgendwie, ich muss da auch was machen, ich muss dazu beitragen, eben auch gesehen zu werden, weil ich, ja, meine berufliche oder meine Schauspielkarriere eben auch vorantreiben möchte. Und habe halt gemerkt, dass sich das unglaublich anstrengend angefühlt hat, funktionieren zu müssen und, oder was heißt zu müssen, mir, mir, oder zu glauben, ich muss da bei diesem, bei dieser Welle irgendwie mitmachen. Und, ähm, und darüber hinaus dann zu merken, wie ich sozusagen, seitdem ich dann eben freiberuflich habe, ab 2013 habe ich dann am Theater in Ulm aufgehört und war dann freiberuflicher Schauspieler, wie geil das letztendlich war, irgendwie freischaffend zu sein. Aber, ähm, wie unglaublich anstrengend das auch ist, weil eigentlich ja nichts sicher ist, also vor allem auch. Nee, du musst dich ja immer prüfen auch letztendlich. Genau, erstens das. Und zweitens, ähm, ja, geht's ganz viel darum, zu funktionieren und gerade so in dieser Schauspielwelt geht's ja auch viel auch um, um einen selbst in der Form, dass man bewertet wird, dass wenn, wenn man sich präsentiert oder wenn man ein Casting hat oder wenn man eine Absage bekommt, dass ich es sehr herausfordernd finde, es eben nicht persönlich zu nehmen, als wenn man jetzt einen Gegenstand oder irgendwas dazwischen hat, zwischen demjenigen, der einen bewertet oder, und einem selbst. Ja, ich glaube, ich wollte ja auch mal Schauspielerin werden und, ja, man braucht einfach eine sehr, sehr dicke Haut und ich glaube, das wäre ein Grund gewesen, weil letztendlich für mich, warum ich das nicht wollte, ähm, mich immer öffnen zu müssen, also weil du gibst ja auch jedes Mal, du gibst ja immer einen Teil von dir an jemanden Fremden, der dann einfach nur bewertet und das wäre auch nicht. nicht unbedingt, sag ich mal, objektiv, ne, oder wo dann auch, sag ich mal, irgendwelche Kriterien, also verständliche mit reinspielen, sondern vielleicht passt dem einfach nur heute deine Schnauze nicht. Exakt. Ne, und es ist ja dann, dadurch, dass du dich eröffnest, geht es ja um dich und das auszublenden, finde ich, ist ganz schwierig. Extrem schwierig. Und da, genau in der Zeit, weil du gefragt hast, welche, um welche Muster, ob ich Muster benennen kann, da habe ich halt gemerkt und ich habe mich dann auch mit der Kindheit und so beschäftigt und so, wie, wie, wie sehr ich darauf getrimmt oder, oder, was heißt jetzt nicht konditioniert wurde, aber wie, wie sehr ich mich dahingehend entwickelt habe, zu funktionieren. Und eben zu merken, dass, dass ich in der Schule eigentlich für meine Eltern gelernt habe, um gute Noten zu bekommen, so, um halt keinen Ärger zu bekommen zu Hause. Und selbst im Schauspielstudium dann zu merken, dass ich eigentlich vieles auch nur für meine Dozentinnen und Dozenten gemacht habe. Und auch im Schauspielberuf dann oft dann auch so, okay, wie, wie, ich muss jetzt die neue Methode von Susan Betzen lernen oder von Ivana Chabak, weil es jetzt irgendwie alle machen. Und da ging es wenig darum, wer ich eigentlich als Schauspieler und als Künstler, sage ich mal, bin, sondern es geht darum, zu funktionieren, um Bestätigung zu bekommen und durch die Bestätigung in Form von einem Job oder einem Dreh, um dann letztendlich, ja, eine Form von Erfolg zu erleben. Und da zu merken, krass, es ging eigentlich, also im Theater weniger, es wurde mir dann wirklich erst bewusst, als ich dann, im Nachhinein bewusst, als ich dann freiberuflich war, wie sehr es eigentlich nur darum ging zu funktionieren. Und dann zu merken, als dann Corona angefangen hat, wie unglaublich erschöpft ich war und ich würde jetzt nicht sagen ausgebrannt, aber ich einfach auch gar nicht mehr wusste oder vielleicht auch nie wusste, warum ich eigentlich Schauspieler geworden bin. Und klar, damals in der Theater AG oder als ich damals mit Kumpels Kurzfilme gedreht habe, da ging es um den Spaß, da konnte man, da ging es weniger um das Funktionieren, um die Bestätigung, sondern es ging um das Machen. Und um die Leidenschaft, die du dahinter hast. Genau. Und dann, und praktisch mit dem Beruf und es ist mir dann, und vielleicht bin ich da auch, was heißt, sehr naiv, aber auch sehr unbedarft an die Sache rangegangen, was das letztendlich wirklich bedeutet, freiberuflicher Schauspieler zu sein, wenn man eben nicht seine 100 oder 200 Drehtage im Jahr hat. Und da dann, mich zu fragen, okay, warum mache ich das eigentlich? Und, 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 und zeitweise konnte ich das gar nicht beantworten, weil ich, weil ich so sehr damit beschäftigt war. Zu tun, oder? Zu tun und auch meine Muster mal zu, auch wieder zu hinterfragen und zu merken, boah krass, eigentlich ging es mir letztendlich nur darum, zu sagen, ey, ich drehe jetzt wieder und ich kann es vielleicht posten. Oder, ähm, seht mal her, schaut mal in meiner Story, irgendwie drehe ich jetzt wieder und bin an einem Set und so. So diese Außenwirkung. Diese Außenwirkung, genau. Und auch mich dann gar nicht zu fragen, ey, ähm, was interessiert mich eigentlich wirklich an dieser Rolle jetzt gerade? Obwohl ich das Glück hatte, dass die Projekte, die Filmprojekte, die ich dann irgendwie hatte, schon auch Themen waren, die mich dann interessiert haben. Also von der Geschichte her. Aber letztendlich ging es, wie du gesagt hast, eigentlich vordergründig immer um die Außenwirkung. Und es hat mich extrem, was heißt nicht traurig gemacht, aber es war dann so, krass, wer bin ich eigentlich losgelöst von diesem ganzen Funktionieren? Und das, das, das ist einfach eines der Themen, die mich, die mich einfach sehr beschäftigt haben in der Zeit. Und natürlich dann auch einfach Angst, eben zu versagen. Angst als, ich bin jetzt 42, als, als Mann eben noch nicht gesellschaftliches, gesellschaftliches Standing erreicht zu haben, was man erreicht haben muss, in Anführungsstrichen. Oder was scheinbar jeder, der, der um mich herum ist, irgendwie hat und ich nicht. Also natürlich verschärft sich dann irgendwie so auch der Fokus und man sieht irgendwie, oder ich sehe dann nur das, was ich nicht habe und alle Kollegen oder Kolleginnen in meinem Bekanntenkreis, die drehen und ich nicht. Und das, da geht es dann emotional abwärts. Und obwohl ich eigentlich diese Gebrauchsanleitung in meinen Workshops und Coachings so vermittle und ich das eigentlich in Anführungsstrichen besser wissen müsste, wie es eigentlich funktioniert, haut mir die Angst die Beine oder haut mir die Angst den Boden unter den Füßen weg. Aber ich finde das sehr beruhigend, dass es dir auch so geht. Also, nee, dass man auch jetzt von einem Menschen, der sowas beruflich macht und anderen da weiterhilft, dass du jetzt sagst, da haut es mir auch die Füße weg. Finde ich echt großartig. Auch, dass du so ehrlich bist. Ja, das ist auch etwas, während Corona hatte ich auch Menschen gecoacht im Bereich Berufsorientierung und da ging es dann auch um Motivation und es war einfach für mich richtig bitter, morgens aufzustehen und zu merken, boah, ich bin einfach krass depressiv. Ich weiß gar nicht, ich habe total keinerlei Motivation und dann muss ich am Telefon dann jemanden motivieren und jemandem irgendwie erzählen, ja, dass er es positiv sehen soll und ich habe dann gemerkt, das geht nicht. Das ist ja auch Energie. Ja, ja, genau. Du musst ja auch immer Energie von dir geben, um jemanden anderem, vor allem wenn er nicht guter Dinge ist, ist es ja noch mehr Energie, die man geben muss, um den anderen hochzuziehen. Auf jeden Fall. Und wenn man die selbst nicht hat in dem Moment, dann ist es natürlich noch anstrengender und schwieriger, das jemand anderem zu geben. Genau, genau. Und ich sehe es halt so, dass im Grunde genommen, also es ist ja alles letztendlich subjektiv und alles eine Frage der Perspektive, aber mein Menschenbild derzeit ist so, dass unsere Persönlichkeit aus mehreren Persönlichkeitsanteilen oder Rollen besteht, wie auch immer man das nennen mag. Und wenn ich dann so coache und dann merke so, okay, krass, ich kann das nicht, ich kann einfach nicht coachen, wenn ich selber irgendwie depressiv bin und jemanden depressiven irgendwie motivieren soll, da dann aber gleichzeitig mich dann nicht fertig zu machen, was ich natürlich dann in dem Moment gemacht habe, aber gleichzeitig dann auch ehrlich in dem Moment zu sein, zu sagen so, ey, heute Morgen ging es mir richtig scheiße. Und wir sitzen irgendwie zusammen in einem Boot und da letztendlich ehrlich zu sein und eben dieses Ehrlichkeitsthema ist auch ein ganz, ganz wichtiges, ja, einfach, ja, ist einfach ganz, ganz wichtig für mich in meiner Arbeit. Ist das dann, um jetzt mal diesen Schwenker, den du mir jetzt hier richtig schön ermöglicht hast, ich habe schon die ganze Zeit überlegt, jetzt gucken wir mal, wie ich den Schwenker schaffe. Nee, ist das dann für dich wirklich Ehrlichkeit, also als Wort auch, als Begriff Ehrlichkeit oder ist es für dich Achtsamkeit oder auch Selbstliebe? Also, ich führe nochmal ganz kurz meinen Gedanken vorher zu Ende, aber komme dann gleich dazu. Ein ganz, ganz wichtiges Thema in meiner Arbeit ist eben Ehrlichkeit und da zitiere ich gerne Bruce Lee, der gesagt hat, to honestly express yourself ist einfach sehr, sehr schwer. Es ist einfach eine Show abzuziehen und er, da gibt es so ein Interview von ihm, wo er beschreibt, dass die Kampfkunst für ihn eine Möglichkeit ist, sich ehrlich auszudrücken. Und natürlich ist es für ihn einfach als Meister in seiner Kampfkunst eine Show abzuziehen, sich dabei irgendwie cool zu fühlen und andere Menschen damit zu beeindrucken. Aber sich wirklich ehrlich auszudrücken ist sehr schwer, sehr schwer und auch herausfordernd. Und ich finde, dadurch, dass wir eben nicht gelernt haben, mit Ängsten umzugehen, spielen wir meistens immer Rollen und verstecken uns hinter Fassaden der Coolness, der Freude, des Erfolgs, der Schönheit, ohne wirklich zu zeigen, wer wir eigentlich hinter diesen Masken oder hinter diesen Rollen sind. Und das erfordert unglaublich viel Mut hinzugucken und eben den Fokus wegzulenken vom Außen, also von diesem ständigen Machen und Tun. Und diese Außenorientierung, die ja auch einfach genährt wird durch die sozialen Medien, durch Fernsehen, durch die Nachrichten, durch das, was einfach im Außen passiert, was alle anderen machen, wenn ich dann vergleiche, wer jetzt dreht und ich nicht. Es ist eine Herausforderung und es ist etwas, was wir in dem Sinne so nicht lernen. Es sei denn, man beschäftigt sich bewusst mit Achtsamkeit oder mit Spiritualität oder mit, keine Ahnung, Persönlichkeitsentwicklung. Aber in der Schule wird einem das ja nicht vermittelt. Ja, ich finde, also letztendlich hast du die Problematik ja auf allen Lebensbereichen. Also gerade, wenn wir jetzt vorhin auch über Corona gesprochen haben, hatte ich gestern ein ganz interessantes Gespräch. Ging es um, also jetzt nicht Corona direkt tot, sondern eben um Trauer, um Tod, um Verlust. Und dass man ja früher Leuten, die zurückgeblieben sind, also der Witwe vor allem, ein Trauerjahr eingeräumt hat. Wo wirklich ein komplettes Jahr diese Person von allem, sage ich mal, rausgenommen wurde, weil sie in dem Moment nicht in der Lage war. Und dann kommt man ja auch wieder, wie du gesagt hast, auf dieses Funktionieren. Weil heutzutage ist es ja dann so, man sagt, okay, es tut mir leid. So hat dann noch Verständnis, vielleicht zwei, drei Monate. So, da ist es noch auf dem Schirm. Aber man geht ja trotzdem dann arbeiten. Genau. So ist der Alltag dreht sich ja weiter und man hat ja überhaupt keine Zeit zu verarbeiten, was da gerade passiert ist. So die Gesellschaft zwingt einen in eine Rolle, in viele Rollen, die du dann einfach weiter zu erledigen hast. Ja. Und das ist ja auch, wie du sagst, jetzt in der Schule fängt das an und letztendlich werden wir überall in Rollen geschoben und haben dann nicht mal in, sage ich mal, verzweifelten Situationen die Möglichkeit auszubrechen. Ja. Und gerade so, sage ich mal, eine Übung, die ist jetzt nicht von mir, die habe ich irgendwo, ich weiß gar nicht mehr von wem, aber eine Übung, die ich gerne den Menschen mitgebe, mit denen ich arbeite, ist, wenn man nach einem harten Arbeitstag mal nach Hause kommt, oder was heißt mal nach Hause, wenn man nach einem harten Arbeitstag nach Hause kommt, dann setzt euch mal aufs Sofa oder auf einen Sessel und macht nichts, kein Fernsehen, kein Handy, keine Musik, nichts lesen, sondern einfach nur sitzen und zehn Minuten mit sich sein. Und den meisten Menschen fällt es schwer, eben nichts zu tun, weil in dem Moment, wo man nichts tut, merkt man oder ist die Möglichkeit oder der Raum da zu spüren, wie fühle ich mich eigentlich? Wie fühle ich mich eigentlich jetzt wirklich, wenn ich mal nichts tue oder mich ablenke oder etwas verdränge oder mich mit irgendwas beschäftige, sondern einfach nur mit mir bin? Und das sind dann Momente, wo eigentlich all diese Gefühle wie Angst, Trauer, Wut, Ohnmacht, Scham, Schuld, Unsicherheit sich bemerkbar machen in Form von Körperempfindungen. Sei es jetzt durch eine Unruhe oder durch einen Druck im Hals oder im Bauch oder ein Ziehen oder ein sich zugeschnürt fühlen, wie auch immer. Das ist ja ganz individuell, aber in dem Moment, und da sind wir bei der Achtsamkeit, geht es darum, nach innen zu gehen und einfach mal ganz bewusst zu schauen, okay, was ist denn eigentlich da? Und das erfordert auch viel Mut, weil das meistens sehr unangenehm ist, wenn man sich mal die Zeit nimmt oder bewusst die Zeit nimmt oder wenn man zwangsweise diese Zeit bekommt durch Corona, wo man eben dann nicht mehr irgendwie feiern gehen kann oder zur Arbeit gehen kann oder Sport machen kann, wo man dazu gezwungen ist, in Anführungsstrichen mit sich und bei sich in seinem sozialen Umfeld zu sein. Und was das für Auswirkungen hat, das kriegt man ja so mit, also wenn die häusliche Gewalt steigt oder dass, wenn man mal irgendwie wieder raus kann, dass man dann ausrastet oder exzessiv feiert oder wie auch immer. Und das erfordert extrem viel Mut, weil das unglaublich unangenehm ist. Also wenn man jetzt mal trennt zwischen negativen und positiven Gefühlen, ohne das jetzt zu bewerten, aber wir leben in einer Gesellschaft, wo wir eigentlich sehr schnell lernen, dass negative Gefühle oder dass wir mit einem, sage ich mal, Anteil unserer Gefühlspalette nicht geliebt oder nicht in Ordnung oder nicht passend sind. Sei es jetzt, wenn wir als Kind zu wütend sind oder zu laut sind oder zu fröhlich sind oder zu viel quengeln oder weinen oder zu unordentlich sind und so, dann dürfen wir das alles nicht sein. Und wie das zum Beispiel auch mit dem Erwachsenensein zusammenhängt, eben diese Erfahrungen, die wir in der Kindheit machen, damit beschäftige ich mich auch und vor allem auch in Bezug auf mich selbst. Und das finde ich, wenn es dann um Selbstliebe geht, unglaublich herausfordernd. Weil klar ist es ein schöner Satz, wenn man sagt, es geht darum, sich selbst lieben zu lernen. Aber was heißt es denn wirklich konkret? Ja, das wollte ich dich nämlich jetzt gerade mal wirklich fragen. Also weil es schwirren ja immer diese Begriffe jetzt auch um Weihnachten, Nächstenliebe, Achtsamkeit, Selbstliebe, die sind ganz, ganz selbstverständlich irgendwie schon. Aber was bedeutet denn eigentlich wirklich, was bedeutet Achtsamkeit und was bedeutet das Wort Selbstliebe eigentlich? Ja, wie gesagt, es ist immer einig subjektiv und letztendlich ist all das, was man glaubt und denkt und auch so von sich gibt oder wie man die Welt sieht, immer eine Frage, sage ich mal, der Achtsamkeit und des Bewusstseins in der Form, dass man sich fragen kann, okay, inwieweit dient es mir eigentlich, mir selbst und meinen Mitmenschen, wenn ich so oder so denke? Ist es dann dieses, also Achtsamkeit, kann man dann sagen, so wie du vorhin in der Übung beschrieben hast, ein in sich hineinschauen, zuzulassen, das Sein, das Sein zuzulassen? Genau, also und ich unterscheide da zwischen drei Ebenen, sage ich mal, zwischen der mentalen und der emotionalen und der körperlichen Ebene. So, und im Grunde genommen gilt es, wenn man mal, keine Ahnung, wenn man sich in der Meditation, wenn man meditiert und sich mit meditativen Übungen beschäftigt, dann gibt es ganz, ganz klassisch diesen Satz, lass deine Gedanken wie Wolken am Himmel vorbeiziehen. Haha. Und letztendlich geht es, dass man, ja, es geht, dass man eigentlich eine andere, also man kann eine beobachtende Perspektive einnehmen, wenn man jetzt, keine Ahnung, sitzt, man muss jetzt nicht im Lotus da sitzen, man sitzt und beobachtet einfach mal, indem man sich bewusst diesen Gedanken hingibt, diesen Stimmen in einem selbst und beobachtet einfach mal, was so der Verstand oder, sage ich mal, diese inneren Rollen, wie ich es vorher genannt habe, was die da so von sich geben. Weil man ist ja permanent eigentlich am Kommentieren und Bewerten und Verurteilen, was letztendlich auch mit Unbewusstsein zu tun hat. Ich meine, es ist ein riesiges Feld, aber letztendlich geht es wirklich darum, okay, was denke ich eigentlich die ganze Zeit? Oder wie fühle ich mich eigentlich gerade und was habe ich eigentlich? Und dann einfach mal nach innen zu gehen, also nach innen heißt, sich seinem Körper zu widmen, weil der Körper im Grunde genommen als unser Wunderwerk, als Instrument, als Vehikel eigentlich die einzige Schnittstelle ist zwischen innen und außen. Und über unseren Körper erleben wir die Welt, nehmen wir sie wahr über unsere Sinne. Und wie wir sie wahrnehmen entspringt, beziehungsweise ist auch abhängig davon, wie wir über die Welt denken. Das heißt, wenn ich auf eine Art und Weise über den Regen denke, wie ich es vorher gesagt habe, und sage, man, ich wollte meine Geburtstagsparty feiern und die fällt jetzt ins Wasser, scheiße, ich bin sauer so, dann bin ich deshalb wütend, weil ich denke, okay, meine Geburtstagsparty ist am Arsch. Aber ich könnte zum Beispiel auch sagen, ey, keine Ahnung, wir feiern mit Regenschirmen oder es ist ja eh warm und wir können uns irgendwo anders treffen oder keine Ahnung. Das heißt, dann wären wir jetzt sozusagen wieder bei den Mustern. Genau, genau. Dass du durch dieses nach innen schauen und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich habe da mit meiner Logopädin mal drüber gesprochen, die hat mir das auch gesagt, dass man einfach die Gedanken beobachtet, so als wäre man im Kino. Ja, zum Beispiel. Als wäre sozusagen das, was im Kopf abläuft, der Kinofilm und du sitzt da jetzt im Kinosaal und guckst einfach mal zu, was da gerade so passiert. Das ist ganz interessant. Also ich hatte das dann mal versucht, anfangs ist es dann so, du denkst dir dann so, ja, was denke ich denn eigentlich? Was denke ich denn eigentlich? Was denke ich denn eigentlich? Ja, sag mal, warum? Warum funktioniert das jetzt nicht? Weil ich denke jetzt nur die ganze Zeit darüber nach, was ich jetzt eigentlich denke. Aber wenn man das eine Weile macht oder sich dann mal ein bisschen entspannt nochmal, dann geht dieser Gedankenfluss irgendwann weiter und man kann dann schon, also ich glaube, es ist eine Übungssache, aber man kann das wirklich beobachten. Auf jeden Fall. Und durch diese Beobachtung kannst du ja dann auch Muster, die du hast, herausfinden. Ja. Und ich benutze, das mit dem Kino finde ich super, ich benutze eigentlich dasselbe Bild, indem ich sage, sich innerlich im Kinosessel zurückzulehnen. Das heißt, wenn man im Kino sitzt und sich einen Horrorfilm anguckt, dann geht der ganze Körper ja mit und deswegen geht man ja auch ins Kino, um sich in eine andere Welt hineinziehen zu lassen. Aber wenn dieser Horrorfilm im Alltag passiert, sei es jetzt bei einer Präsentation oder wenn man das Casting nicht bekommt oder wenn man sich bewirbt oder bei Corona oder wenn irgendwelche Schicksalsschläge passieren, dann ist es in dem Moment ein absoluter Horrorfilm, den man nicht haben will. Und dann kann man sich eben innerlich im Kinosessel zurücklehnen. Ich finde das sehr schön. Sorry, dieses Zurücklehnen. Das gefällt mir sehr gut. Das freut mich. Und dann eben auf emotionaler, auf mentaler, auf emotionaler Ebene oder auf körperlicher Ebene einfach mal beobachten, was nehme ich eigentlich gerade wahr. Und der Körper ist eigentlich, sage ich mal, der günstigste Ankerpunkt, dem man sich widmen kann, weil es eigentlich sehr greifbar ist, fühlbar. Also, wie atme ich gerade oder wo bin ich angespannt oder verspannt oder wo empfinde ich denn vielleicht gerade irgendwie die Wut im Bauch oder wo sitzt es mir denn im Nacken oder wo schnürt es mir denn die Kehle zu? Weil letztendlich diese Beschreibungen sind nichts anderes als Körperempfindungen, die auf ein bestimmtes Gefühl hindeuten. Ja, so wie eine Last auf den Schultern tragen, oder? Oder mir ist das Herz in die Hose gerutscht oder ich habe Schmetterlinge im Bauch. Das sind letztendlich nur Beschreibungen von Körperempfindungen, die sagen, okay, ich habe ein bestimmtes Gefühl und Gefühle nehmen wir immer über unseren Körper wahr. Das ist auch nochmal so. Das ist ja auch interessant. Woher kommt das? Oh, das kann ich jetzt, also jetzt sage ich jetzt mal biologisch, kann ich das jetzt gar nicht mal so beantworten. Aber letztendlich arbeiten wir Schauspieler so. Es gibt da ganz konkret, ganz einfach gesagt zwei Wege. Einmal der Weg von innen nach außen und der Weg von außen nach innen. Von innen nach außen bedeutet, du denkst an eine bestimmte Situation oder an ein Wort oder an einen Menschen und dein Körper reagiert darauf. Von außen nach innen bedeutet, du nimmst eine bestimmte Körperhaltung ein. Ich sitze jetzt sehr aufrecht oder ich sitze jetzt krumm da oder ich atme sehr flach oder ich laufe mit erhobener Nase oder ich schlurfe oder ich stampfe oder stehe breitbeinig da oder eher schmal, füßig. Und das erzeugt ein bestimmtes Gefühl. Das ist das, was eben Schauspielerinnen und Schauspieler bewusst machen, um eine Rolle zu verkörpern, um eine gewisse Emotionalität zum Ausdruck zu bringen. Und das funktioniert auch. Ja, das ist ja das Krasse. Und das funktioniert ja auch im Alltag. Also ich kenne es von dem Beispiel, dass man sagt, wenn man den Kopf nach oben hebt und eben nicht so eingepfercht rumläuft, sondern wirklich mit erhobenen Hauptes, dass es sich auch auf deine Emotionen niederschlägt. Exakt. Und das finde ich super spannend, weil ich das auch mit Nichtschauspielerinnen oder Schauspielern mache, diese Übungen. Da lasse ich die durch den Raum laufen und sage, okay, lauft arrogant durch den Raum, lauft wütend durch den Raum, lauft selbstbewusst oder ängstlich oder traurig oder schüchtern. Und nur weil ich diese Worte sage, verändert sich die Körperlichkeit, die Art und Weise, wie sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewegen. Aber nicht, weil sie sich des Mechanismus bewusst sind, okay, ich denke jetzt an arrogant, okay, wie muss ich meinen Körper einstellen, um arrogant zu sein. Nee, das passiert unmittelbar automatisch und zwar wirklich unmittelbar. Das ist wirklich verrückt. Verrückt. Und das Spannende dabei ist, dass selbst, wenn ich sage, lauft selbstbewusst durch den Raum und arrogant, dann verändert sich wirklich die Nasenspitze, die Höhe der Nasenspitze. Bei arrogant hebt sich die Nasenspitze wirklich um ein paar Millimeter. Und es ist super spannend, weil die das ja nicht bewusst machen. Und das ist eben das, womit wir Schauspielerinnen und Schauspieler eben bewusst arbeiten und das können wir im Alltag eben auch. Aber wir sind uns dessen nicht bewusst oder dieser Mechanismen. Das hat jetzt so eine Frage in mir aufgeworfen. Und zwar, weil, also du gibst ja nicht ohne Grund Coachings. Ist es dann auch so, dass eine Person beispielsweise, die wenig Selbstbewusstsein hat, ja, und du zu ihr aber sagst, lauf jetzt selbstbewusst durch die Gegend. Und dass sie das trotzdem, sie das Selbstbewusstsein eigentlich nicht hat, in dem Moment schafft, also dass diese Reaktion, wie du sie gerade beschrieben hast, dass es automatisch passiert, dass es auch bei dieser Person automatisch passiert, dass sie selbstbewusst durch den Raum läuft? Ja, aber, und da kommen wir jetzt zur Selbstliebe und das ist etwas, was, wie ich das, den Umgang oder auch den praktischen Umgang mit Liebe sehe oder mit Selbstliebe. Das ist in erster Linie erstmal Mut erfordert hinzugucken. Das heißt, wer bin ich eigentlich auf emotionaler, auf mentaler und auf körperlicher Ebene? Welche Rollen spiele ich eigentlich? Warum, wie reagiere ich, wie agiere ich, wenn es regnet oder wenn mir jemand irgendwas Bestimmtes sagt oder sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält? Und das erfordert Mut, weil vor allem, wenn man auf die mentale und emotionale Ebene geht, es vielleicht auch schmerzhaft sein kann, weil man denkt oder weil man sich bewusst wird, okay, krass, was habe ich eigentlich jahrzehntelang über mich gedacht oder über meinen Körper oder über mein Leben oder über meine Eltern oder über das, was ich alles falsch gemacht habe. Oder, und das gilt es erstmal anzuschauen, Punkt, und sich dem zu widmen und all dem, was man da an Gedanken dann erfährt oder mitbekommt, an Emotionen, einen Raum gibt, wo das erstmal sein darf. Das sagt sich aber leider nur so leicht oder sagt sich immer nur so leicht, weil das unglaublich schmerzhaft ist. Ja, also pass auf, weil ich habe jetzt da so eine spannende Theorie im Kopf entwickelt, weil wenn es jetzt so wäre, dass jemand ohne Selbstbewusstsein, wenn du ihm sagst, laufe selbstbewusst, es trotzdem schafft, selbstbewusst in dem Moment zu laufen, obwohl er es nicht ist, dann tut er es ja in dem Moment, also er schafft es ja dann wohl, selbstbewusst zu sein und muss das aber nicht aus eigenem Antrieb sein, sondern es ist ja eigentlich nur eine Anweisung, was ja dann in dem Moment auch nichts mit Selbstliebe zu tun haben muss, weil er folgt ja einfach nur eine Anweisung. Aber dann ist es doch super interessant, dass diese Person, die kein Selbstbewusstsein hat, selbstbewusst sein kann. Also allein dieses Erfahren für sich, dass es möglich ist, auch wenn man denkt, es ist nicht möglich, also dass es so ein automatischer Prozess ist und man dann von diesem Standpunkt her gehen kann und sagen kann, aha, ich kann das, ich kann das sogar ganz automatisch und jetzt beginnt sozusagen die Arbeit, meine Muster zu verfolgen und dass ich es irgendwann von mir aus, aus der Selbstliebe raus tun kann, ohne dass mir jemand die Anweisung zu gibt. Genau. Und da würde ich dann die Frage stellen, warum muss diese Person denn oder dieser Mensch denn selbstbewusst sein? Und ich habe dann Schwierigkeiten mit, sage ich mal, sage ich mal so salopp mit dem amerikanischen Prinzip Chaka und du musst dir selbst ins Spiegel gucken und dir hundertmal einreden, dass du selbstbewusst, dass du reich, dass du schön bist. Mhm. Obwohl man sich eigentlich nicht so fühlt. Ich meine, es funktioniert, aber nicht nachhaltig, meiner Meinung nach und auch aus meiner Erfahrung heraus. Weil es letztendlich wie eine Wand, eine verschimmelte Wand ist, über die man drüber streicht, weil der Schimmel ist ja trotzdem noch da. Ja. Und letztendlich geht es in meinem oder in meiner Herangehensweise darum, erstmal den Schimmel anzugucken und zu verstehen, aber warum ist der Schimmel überhaupt da jetzt? Also in dem Sinne die Unsicherheit oder die Unsicherheit. Und dann sich zu fragen, okay, was denke ich eigentlich über mich, dass ich so unsicher bin? Und da gibt es dann diese, ja, diese berühmt-berüchtigten Glaubenssätze. Diese Person könnte vielleicht denken, ich bin nicht gut genug oder ich bin zu hässlich oder alle anderen sind besser als ich oder ich werde es nie schaffen oder was auch immer. So. Und weil sie das denkt, ist sie unsicher. Und für mich geht es dann erstmal darum, dieser Unsicherheit den Raum zu geben und diese auch auszudrücken und demjenigen den Raum zu geben, dass es vollkommen okay ist, unsicher zu sein. Und dass es überhaupt nicht schlimm ist und dass man damit auch kein schlechterer Mensch ist, sondern man ist Mensch, weil jeder Mensch auch unsicher ist. Und da sind wir wieder bei diesem Rollenspiel, bei dem Funktionieren, dass wir eben nicht unsicher sein wollen oder nicht ängstlich sein wollen oder nicht unerfolgreich sein wollen, so wie ich, wenn ich denke, okay, ich bin als 42-jähriger Mann, habe ich noch nicht den Erfolg, den ich mir gewünscht habe oder den Mann erwartet, so. Dann fühle ich mich in dem Moment ja nicht erfolgreich oder nicht wertvoll oder nicht liebenswert. Und dann eben den Weg zu gehen, zu sagen, okay, Moment mal, ich widme mich mal diesen Gefühlen der Minderwertigkeit, der Kleinheit, der Angst. Und versuche dann eben nicht, indem ich dann das nächste Schauspielmethodenbuch lese, nicht nochmal irgendwelche Fotos oder noch mehr Showreels, Showreels-Szenen drehe, um dann erfolgreich zu sein. Weil man nämlich dann wieder in diese Falle tappt des Funktionierens und des Rollenspiels, weil man nämlich dann über diese Angst drüber streicht. Und da beginnt Selbstliebe. Selbstliebe beginnt da, wo man Ja zu allem sagt. Weil ich finde diesen Satz so schön, dass die Liebe sagt zu allem Ja. Selbst zu deinem Nein oder selbst zu deinem Hass in dir oder deiner Angst sagt sie Ja. Ja. Und das ist erstmal für mich unglaublich herausfordernd, weil ich, wenn ich dann Angst habe, wenn ich dann nicht weiß, wie ich meine Miete nächsten Monat zahlen muss, will ich diese Angst ja nicht haben. Ja, absolut, ja. Oder ich will mich ja nicht, weil sich das richtig unangenehm und einfach nur scheiße anfühlt. Und je mehr man sozusagen das trainiert und eine andere Haltung zur Angst entwickelt oder zu all diesen negativen Gefühlen und eben ganz meditativ mehr oder weniger ins Fühlen geht, indem man nämlich diese Körperempfindung atmend da sein lässt, ohne sie gleich zu verändern. Durch eine positive Affirmation oder durch eine Handlung oder durch, ich muss jetzt ins Fitnessstudio, um jetzt noch mehr Muskeln aufzubauen oder ich esse jetzt heute Abend nichts, um noch schlanker zu werden. Nee, nee. Sondern all diese Ablenkungsmuster einfach mal kurz beiseite zu lassen und zu gucken. Also dieses, wie du gesagt hast, zehn Minuten einfach nach der Arbeit sitzen und nichts tun und sein. Genau. Und ich habe so, als es mir mal nicht so gut ging, also jetzt so zu Schulzeiten, aber auch jetzt so, als ich am Theater war, da habe ich eigentlich mehr oder weniger Kette geraucht. Also so zwei Schachteln am Tag so. Und irgendwann kam mal wieder der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich höre auf. Und zu dem Zeitpunkt habe ich Zigaretten gedreht, weil es einfach günstiger war und habe dann so den kläglichen Rest, der dann noch in der Packung war, in den gelben Sack geschmissen und dann in den Keller runter, weil der Sack voll war. Fünf Minuten später war ich im Zimmer, dachte ich so, ich halte es nicht aus, ich muss runter, ich muss eine Zigarette rauchen, sonst sterbe ich so nach dem Motto. Also ich bin halt knallhart runter, habe den gelben Sack geöffnet, habe ich da die Packung da rausgekramt und aus dem kläglichen Rest Tabak eine Zigarette geraucht und danach ging es mir gut, ging es mir besser. Nur hält es ja leider nicht so lang, dieses Gefühl, okay, alles ist cool, weil dann braucht man ja die nächste Zigarette. Oder sei es der Alkohol, sei es Drogen, sei es die nächste Serie, sei es das nächste Date oder sei es die nächste Reise oder der nächste Punkt auf der To-Do-Liste oder die Arbeit, was auch immer. Und deshalb finde ich das sehr, sehr spannend, mal sich innerlich zurückzulehnen und die Perspektiven zu verändern, dass wir eigentlich in einer sehr gut funktionierenden Ablenkungsgesellschaft leben, wo ganz viel Geld gemacht wird, weil wir Menschen uns ablegen oder ablenken mit Dingen, die wir konsumieren können, weil wir eben nicht gelernt haben, uns jetzt sage ich mal selbstliebend all diesen Gefühlen zu widmen, die nämlich dann zum Ausdruck kommen, wenn wir einfach mal nichts tun. Und da wir das nicht gelernt haben, können wir auch gar nicht damit umgehen, wenn es dann passiert und wir müssen uns eigentlich ablenken. Genau, weil wir es nicht aushalten und das ist ein Prozess, das ist etwas, was wir lernen dürfen und es ist fast anmaßend zu sagen, ja, lass doch einfach deine Angst da und lieb sie, weil das sagt sich so leicht, aber wenn Menschen Angst haben oder wenn ich Angst habe, dann ist es so unangenehm, dass ich eigentlich alles dafür tun möchte, um diese Angst nicht zu fühlen. Und ich finde, da hilft dieses Bild von, das habe ich von Robert Betz, Robert Betz, der hat ein Buch geschrieben, hat mehrere Bücher geschrieben, Willst du normal sein oder glücklich? Wahre Liebe lässt frei. Diese Bücher, die haben wirklich mein Leben verändert, also vor allem Willst du normal sein oder glücklich? Das Buch kam zu mir, als es mir richtig schlecht ging und dieses Buch hat einfach diese Perspektive auf mich, auf meine Gefühle, auf das Menschsein, auf Leben irgendwie verändert. Und er hat benutzt dieses Bild, dass unsere Gefühle eigentlich wie unsere Kinder sind oder ja, unsere Kinder, die wir selbst erzeugt haben, nämlich durch unser unbewusstes Denken. Durch die Art und Weise, wie wir denken, erzeugen wir eben ein bestimmtes Gefühl, sei es positive oder negative. Und diese Gefühle oder diese Kinder machen sich eben bemerkbar durch die Körperempfindungen, die wir in unserem Körper wahrnehmen. Ganz klassisches Beispiel, bei einem Präsentationsworkshop lasse ich die Teilnehmerinnen oder Teilnehmer einzeln vor die Gruppe stellen und den meisten geht es so, dass die einfach erstmal nicht auf die Bühne wollen oder diese Übung nicht machen wollen und wenn sie dann vor der Gruppe stehen, dann erstmal Schiss haben. Und das macht sich bemerkbar körperlich, dass der Mund trocken wird, dass sie unruhig sind, dass ihnen heiß wird, dass Zitter ein Kloß im Hals oder Druck im Bauch haben. Und dann sage ich, okay, das ist ein Kind in dir. Und Robert Betz hat es damals so gesagt, gib deinem Gefühl einen Namen und eine Gestalt. Und das habe ich dann an einem meiner ersten Workshops angewendet und dann kam eine Teilnehmerin zu mir und meinte so, hey Volkram, meine Angst geht mir bis zur Schulter, trägt kurze Hosen und heißt Anton. Und immer wenn es Anton kommt, dann nehme ich ihn mit auf die Bühne. Das heißt, wenn wir jetzt vor der Gruppe stehen und Angst haben, weil wir jetzt was präsentieren oder weil wir uns vorstellen müssen, dann fühlen wir Anton in Form dieser Körperempfindungen. Und was wir dann normalerweise tun ist, okay, wie du auch gesagt hast, man kann natürlich körpersprachlich eine Veränderung vornehmen, die Selbstbewusstsein erzeugt, auch fühlbar, aber dann streicht man wieder über den Schimmel drüber. Und man spielt dann eine Rolle, anstatt erstmal zu sagen, hey Anton, schön, dass du da bist und du darfst jetzt da sein. Und man lehnt sich innerlich im Kinosessel zurück und fühlt einfach mal diesen Druck im Hals oder den Kloß im Hals oder den Druck im Bauch oder dieses Zittern und lässt dem einfach mal Raum und erlaubt all diesen Körperempfindungen, eigentlich Anton oder der Angst, da zu sein. Was passiert dann? Das Spannende dabei ist, wenn man das macht und gleichzeitig tief ein- und ausatmet, wird man ruhiger. Und in Verbindung mit dem Atem, also vor allem mit dem tiefen Ein- und Ausatmen, regelt das Atmen eigentlich den Organismus auch runter. Und durch das Dasein lassen, wird man ganz körperlich auch ruhiger. Und wenn man dann sozusagen noch mental arbeitet, beziehungsweise wenn man davor noch sagt, hey, ich stehe jetzt hier vor euch und ich habe super viel Angst. Und ich merke die Angst, weil ich, ja, zitter oder ich eigentlich hier runter will. Und wenn man sich das dann auch noch erlaubt, ehrlich zu sein, und das ist eine Form von Selbstliebe, wird Anton sagen, hey, cool, dass ich da sein durfte und wird dann gehen. Das hört sich alles sehr schön an. Es ist, glaube ich, nur sehr schwierig umzusetzen, also in unserem Gesellschaftskonstrukt. Exakt. Also vor allem, ich meine, wenn man jetzt in der Schule ist und, sage ich mal, eine gute Klassengemeinschaft hat, dann wird das vielleicht, also wird das gehen. Aber ich habe jetzt gerade auch so an das Thema Beruf gedacht. Ja. Wenn du jetzt, sage ich mal, zu deinem Chef sagen sollst, dann, hier, ich habe Angst, ich glaube, es wird schwierig, ne? Ja. Und ich finde, dass, wenn das jeder Mensch machen würde, also eben diese Selbstliebe zu praktizieren, dann bin ich der Meinung, dass man sich auch anders begegnet. Dass man dann sagt, okay, weil auch, wenn wir jetzt beim Präsentations- oder auch bei Vorstellungen, bei Bewerbungsgesprächstraining sind, ja, plädiere ich dafür, dass man ehrlich ist. Dass man halt ankommt und sagt, hey, ich freue mich hier zu sein, aber ich merke, ich bin unglaublich aufgeregt so. Und wenn dann derjenige, vor dem man sich halt da bewirbt, wenn er da irgendwie einen dummen Spruch ablässt, dann sage ich, okay, willst du eh nicht mit dem arbeiten, ist eh ein Arschloch. Da hast du recht, ja. Weißt du? Da hast du recht. Jemand, der sozusagen auf dem Weg der Selbstliebe ist, wird meistens dann sagen, hey, ist alles gut und so, ja, ich kenne das, ich kenne das auch, ich bekomme dann immer Schwitzhände oder sowas. Dann entsteht eine wirkliche Verbindung. Auch eine Verbindung, ja. Exakt, genau. Und auch das, Anton in den Arm zu nehmen und ihn da sein zu lassen, das sagt sich so leicht, weil ich oft einfach auch Momente, Tage, Stunden, aber auch Wochen hatte, wo ich gesagt habe, hey, Anton, ich möchte dich nicht da haben, weil es fühlt sich so unangenehm an. Aber auch das gehört dazu, dass man innerlich auch sagt, okay, hey, welcher Anteil in mir will denn Anton nicht da haben? Und dass man sich auch dem Anteil widmet und guckt, okay, was denkt denn dieser Anteil über die Angst? Puh. Und dann wird es super spannend, weißt du, was ich meine? Und das ist das, was ich vorher meinte, dass wir eigentlich ein Konglomerat, eigentlich ein Ensemble sind an ganz vielen inneren Rollen. Ja, ich verstehe. Denen man erstmal einen Raum geben darf. Und in Beziehung mit dem. Geben darf. Ja, guck, das ist dann wahrscheinlich schon der Unterschied, ne? Ja, genau. Ich sage geben muss und das muss ist dann wieder der Zwang. Und das Dürfen ist es hereinlassen. Ja, aber allein dadurch, dass es dir jetzt schon bewusst wird, nachdem du es gesagt hast, ist ja schon mal ein Weg in, ist ja schon, bist ja dann auf dem Weg des praktischen Selbstliebens. Ach, das macht mich jetzt glücklich. Ja, aber das ist ja vielen Menschen ja nicht bewusst, weil sie ja jahrelang nur, ich muss das und das machen, nee, das und das muss so sein und der und der und die und die muss so sein und so, ne? Anstatt dann zu sagen, okay, wer sagt denn das eigentlich innerlich? Das stimmt. Ich muss auch sagen, nee, ich sage jetzt einfach, ich hatte da auch, die Woche hatte ich ein Erlebnis, da war ich sehr, sehr stolz auf mich. Ich bin ins Theater gegangen, mal wieder nach langer Zeit und dachte, ah ja, das machst du jetzt für dich selber, so ein bisschen Musik, ein bisschen Seele baumeln lassen. Und dann war ich da und es ist nicht passiert, so es ist überhaupt nicht passiert, es hat mich eher geärgert, was ich gesehen habe und ich bin ja wirklich nicht der Typ, der geht. Und zum ersten Mal habe ich mir gedacht, nö, für wen tust du das denn? Ja, voll cool. Für wen tust du das eigentlich? Du sitzt hier eingepfercht in einem Sessel mit deiner Maske auf, es gefällt dir überhaupt nicht, es ärgert dich nur und wer bekommt denn jetzt mit diese ganzen, also wer bekommt diese Emotionen in dir mit? Keiner außer dir und niemand, es wird niemand sich nachher dran erinnern, ob du neben ihm saßt oder nicht. Wenn dann, ah ja, ist das vielleicht eine kurze Bemerkung, so, ah, der ist nicht mehr da, aber die denken ja auch nicht weiter drüber nach, da bin ich ja einfach nur ein fremder Mensch. Und ich dachte mir dann einfach, nö, dann gehst du und dachte, ja komm, dann gehe ich nach Hause und spiele vielleicht selber Klavier, so, was ich auch spielen möchte, da habe ich dann in dem Moment mehr davon oder spreche noch mit irgendjemandem, der mir wichtig ist. Und ich sage dir, ich bin wirklich mit einem so zufriedenen Gefühl nach Hause, nach Hause gefahren, weil ich einfach das, ja, weil ich dachte, so, du hast jetzt nicht dein Muster wie sonst verfolgt, ne, einfach diesen Zwang zu haben, du musst für andere Menschen, genau, da jetzt drin bleiben, weil es ist ja auch für mich immer der Respekt gewesen, ne, der Respekt vor dem Schauspieler, der Respekt vor dem Sänger, du kannst doch jetzt nicht gehen. So, ich dachte mir, ja gut, aber ich habe ja meine Karte auch gezahlt und der kann ja auch nichts dafür auf der Bühne, wie die Inszenierung ist. Und du bist ja nicht aufgestanden und hast gesagt, was für ein Scheißdreck hier oder so. Nee, genau. Ja, super. Und genau, dieser Fokus auf die Außenwirkung, es gibt ja diesen schönen Satz, den kriegt man oft in der Schauspielschule zu hören, dass man neben Kindern und Tieren keine Chance hat auf der Bühne. Das heißt, sobald ein Kleinkind oder ein Tier auf der Bühne ist und man Hamlet spielt, gucken alle auf das Kind und auf das Tier, weil es dem Tier oder dem Kind vollkommen wurscht ist, wie es nach außen hin wirkt, sondern es ist in dem Moment bei dem, was es gerade tut. Und Schauspieler oder Schauspielerinnen oder eigentlich wir Menschen sind so sehr darauf aus, eben zu gucken, wie sie wirken, was sie tun müssen, um zu funktionieren, um Erfolg zu haben. Und letztendlich zu verstehen, wo das herkommt, ist eigentlich emotional gesehen eigentlich Angst, nicht dazuzugehören. Und eben anstatt sich der Angst zu widmen, verfallen wir immer wieder diesen Mustern des Funktionierens, des so und so muss ich aussehen, so und so muss ich mich verhalten, so und so muss ich sein. Und gerade, ja, formuliere für mich so dieses, dieser Beruf des Schauspiels eigentlich in der Rolle einfach eine weitere Facette von mir kennenzulernen und mich dabei in Beziehung zu meinem, ja, zu meinen Spielpartnerinnen oder Partnern zu erleben. Und es ist für mich ein neuer Gedanke, der mich mehr mit dem Beruf verbindet und eben nicht mit dem, okay, ich kann posten, dass ich irgendwo drehe oder an einem Set stehe oder sonst wo hinfliege oder irgendwie vor einem roten Teppich oder hier auf einem roten Teppich stehe. Weil letztendlich geht es ja eigentlich darum, meiner Meinung nach, zu gucken, was gibt mir denn die Freude, was gibt mir die Freude, wenn ich dann zu Hause bin und Klavier spiele, wie du es vorhin erzählt hast. Anstatt dann irgendwie jetzt dann auszuharren, mir dieses Stück dann auch anzugucken. Und man hört ja auch so oft, dass die Menschen dann wirklich so, oder die, die wirklich erfolgreich sind, sind die, die einfach etwas machen, weil sie Bock darauf haben, auf den bestimmten Film oder auf diesen Song oder auf diesen Text. Oder weniger ist für andere zu machen, sondern weil es ihnen ein Bedürfnis ist, sich künstlerisch auszuleben und auszudrücken. Losgelöst von dem Ergebnis, von dem Erfolg. Und all diese Außenorientierung, der Fokus nach außen entspringt, oder da kann sich jeder fragen, okay, warum, was ist eigentlich das Grundgefühl, das mich eigentlich tagtäglich antreibt? Ist es wirklich Freude, wenn ich morgens aufwache, denke ich, boah, geil, wieder ein neuer Tag, um einfach die Dinge zu machen, die ich liebe? Oder ist es eigentlich Angst? Oder ist es Druck? Oder ist es Stress? Oder ist es Unsicherheit? Und da zu merken, wie ich morgens aufwache und denke, okay, ich muss jetzt ein Buch schreiben oder ich muss jetzt ein neues Workshop-Konzept entwickeln oder ich muss jetzt irgendwie eine geile Szene schreiben, in der ich zeigen kann, wie gut ich bin. Und da, das ist das, worin ich mich erlebe und die Erfahrung mache, dass es eben nicht so leicht ist, den Weg der Selbstliebe zu gehen, um zu sagen, boah, ich widme mich einfach mal dem Gefühl der Angst zu versagen. Nicht gut genug zu sein oder nicht liebenswert zu sein oder eben nicht dazu zu gehören, wenn ich eben nicht drehe. Weil ich finde es super spannend, dass in mir wirklich der Gedanke aufkommt, ich gehöre nicht dazu. Wenn die, die drehen, die sind so in ihrer Welt drin und ich fühle mich wie ein kleines Kind, das ausgegrenzt wird und nicht mitspielen darf. Und es ist genau dieses Gefühl, wie ich mich damals auch gefühlt habe, wenn ich vielleicht irgendwie uncool war oder halt nicht mit den Coolen mitspielen durfte. Und das finde ich super spannend, wenn man sich auch dafür interessiert, zu gucken, okay, wo sind Kindheitserlebnisse, die dich so geprägt haben, vielleicht auch traumatisch oder vor allem emotional verletzend waren, die sich heute als Erwachsener dann in solchen Momenten zeigen, wenn ich eben nicht drehe. Und dann ist es eigentlich genau dasselbe Gefühl, dass ich als Kind damals hatte oder als Jugendlicher eben nicht dazu zu gehören oder nicht cool zu sein oder nicht bei den Coolen dabei sein zu dürfen, was auch immer cool ist so. Und mich dann mit dem Gefühl zu beschäftigen, anstatt zu gucken, okay, was kann ich machen, um zu drehen und damit letztendlich bei den Coolen dabei zu sein. Also eigentlich, weil ich das so schön fand, jetzt dieses Bild von dir mit dem Kind oder dem Tier auf der Bühne, beginnt ja dann der Zauber im Sein. Und zwar in der vollen Annahme dessen, was jetzt da ist und zwar in dir, ob es jetzt die Wut ist, die Angst, die Trauer, die Ohnmacht und den Mut zu haben, zu sagen, boah, ich bin jetzt gerade wütend oder ich bin jetzt gerade irgendwie unglaublich traurig oder mir ist nach Wein zumute. Und das natürlich dann, weil wir in einer Gesellschaft leben, dann halt nicht gegen jemanden zu richten, also zum Beispiel jetzt sage ich mal die Wut in Form von Gewalt, sondern zu sagen, boah, das macht mich super wütend und ich kann ja auch rumschreien. Ich kann ja auch was kaputt machen mit dem Baseballschläger auf eine Pratze oder auf einen Sandsack oder so. Da die Wut, dem Raum zu geben, aber zu begreifen, dass letztendlich deine Mitmenschen oder unsere Mitmenschen letztendlich nur Auslöser sind. Also man spricht in der Psychologie auch von Triggern. Und da dann zu gucken, dass es auch letztendlich da eine Veränderung der Perspektive ist, zu sagen, nee, nicht du bist schuld, dass ich mich so fühle, sondern zu gucken, ah, ist ja interessant, was du in mir gerade auslöst und wie denke ich denn eigentlich gerade darüber, über die Situation oder über dich, dass mich das jetzt so trifft. Und oft hat es ganz, ganz viel mit persönlichen, mit eigenen emotionalen Themen zu tun, die der andere nur auslöst. Nur sind wir uns oft dessen nicht bewusst und schieben sozusagen die Schuld auf andere und damit letztendlich auch die Verantwortung, geben wir ab. Anstatt eben achtsam und selbstliebend uns selbst hinzuwenden und zu gucken, okay, Moment mal, was ist denn da eigentlich alles in mir? Was denke ich denn? Was fühle ich denn? Wie zeigt sich das in meinem Körper, ohne sozusagen gleich auf andere zu schießen oder andere zu verurteilen oder zu bewerten oder anzugreifen? Was machen wir jetzt? Gehen wir heute Abend nach Hause und machen dann sozusagen einfach mal den Fernseher aus? Zum Beispiel. Also ich glaube, dass wir, ja, vielleicht einfach mal, das muss ja nicht lang sein, vielleicht nur fünf Minuten, einfach mal eine Kerze anzuzünden, Fernseher aus, Handy aus. Oh, das mache ich gerne in letzter Zeit. Kerze anzünden. Ich finde, das hat auch was sehr Beruhigendes. Ich mache es auch wirklich mit einem Streichholz in letzter Zeit. So ganz manuell der Kerze auch Raum zu geben, zu leuchten. Ja, ja. Und dann einfach mit sich zu sein, weil letztendlich in letzter Konsequenz geht es eigentlich immer um die Beziehung zu einem selbst. Und die Frage ist, in welcher Beziehung stehe ich eigentlich mir selbst gegenüber, auf körperlicher, auf mentaler und auf emotionaler Ebene. Und das sind dann so Gelegenheiten, wo man einfach mit sich sein darf und die Perspektive zu verändern, dass ich mich fragen kann, okay, wenn ich jetzt wütend bin oder traurig oder unsicher, was denke ich eigentlich darüber, um so zu fühlen, wie ich gerade fühle? Ja, ich glaube, das ist ein sehr langer Weg. Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn man das schon im Kindergarten lernen würde, dann sieht die Welt ganz anders aus. Aber ich finde es auf jeden Fall schön, auch wenn dieser Weg sehr lang ist, dass wir uns heute gemeinsam auf diesen Weg gemacht haben und so ein schönes Gespräch hatten. Ich danke dir sehr, Tabea. Ich danke dir auch, Volkram. Donau 3 FM Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren